So, jetzt sitze ich wieder hier an meinem Trading Desk und wir besprechen einmal die Trades von letzter Woche. Und ich habe einen Trade, wo ich besser reingekommen ist. Besser bedeutet immer, entweder ich bin höher oder tiefer reingekommen. Britisch Pfund, US Dollar. Ich werde dort mal auf die Tagesbasis gehen und hier sehen Sie, hier war das Short-Signal und wir sind dort nicht eingestiegen, weil Wochenende war und wir sind dann letzte Woche hier besser eingestiegen und haben den Trade in den Gewinn gebracht. Der nächste Trade ist auf dem Euro Neuseeland, also die Euro gegen den Neuseeland Dollar und hier sehen wir sehr schön, wir haben die Sonne hier oben und hier kam das Signal nicht zu früh, das heißt wir gehen nicht direkt bei der Sonne Short, sondern hier ist das Signal ausgeprägt, wir nutzen die Dynamik und sind hier rausgegangen. Was verdienen wir da dann? Es geht immer prozeduell von unserem Depot, sind immer bei so einem Gewinn Trade 0,1%. 0,1% und wenn man sich das ausrechnet, mal fünf Handelstage haben wir ein halbes Prozent, sind zwei Prozent im Monat und das würde bedeuten, wenn man zehn Monate mal zur Runde liegt, das sind das 20% im Jahr. 20% und dann gibt es ja die Regel mal 72, dann kommen wir dabei, dass wir alle vier Jahre eine Kapitalverdoppelung haben. Das nur mal nebenbei. 0,1%, weil viele sagen, ja wieso nimmst du den Trade so früh raus? Das ist mathematisch berechnet, wir nutzen den Erstimpuls und dann geht es relativ zügig auch in den Gewinn. Der nächste Trade ist British Fund Neuseeland, auch den seht ihr. Es gab diese Aufwärtsbewegung und jetzt fängt der Markt an Schwäche zu zeigen und wir sind ja flexibel, was unsere Handlungstätigkeiten betrifft, das heißt wir gehen auch hier gerne Short, das heißt wir haben Verkauf, wir haben den Stop-Loss hier oben platziert und wir haben 0,1% mitgenommen. Und der letzte, der ein bisschen größer jetzt gelaufen ist, es ist Euro-Yen und Euro-Yen, diesen Trade, ich schiebe den mal hier rein, den seht ihr vielleicht, da haben wir die Position geschlossen, ja und die Gegenposition, die haben wir hier unten sind wir eingegangen, das heißt wir haben einen kräftigen Gewinn und wir sind zusätzlich Short, das heißt wir sind jetzt hier einmal Short und hier unten und versuchen jetzt zum Mittelkurs zu kriegen. Das ist das Worst-Case-Szenario und ich bin gespannt, auch nächste Woche, wie der Trade sich verhält. Das waren die Trades und das waren alle Gewinn-Trades und heute bin ich eingestiegen, nicht in dem ersten Markt hier, Euro-Yen, da bin ich nicht reingekommen und am Wochenende, am Freitag, trete ich nicht, aber viele Club-Mailer haben getradet, ihr seht hier die rote Sonne, roter Strich und der Trade ist in Gewinn gelaufen. Dann haben wir Euro-Yen, da bin ich jetzt Short und USD-Japanisch-Yen, auch hier, da bin ich jetzt aktuell Short. Das sind die drei Trades, die heute generiert worden sind und im Laufe der Woche kann sich noch der eine oder andere Trade hinzufügen. Ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne per Mail auch schicken an info at Traders Club oder besucht uns in unserem Trading-Raum. Jetzt gehen wir ins Training über und ich möchte heute euch zeigen, wie kann man ganz einfach Widerstände, Unterstützung im Chart anzeichnen für sich als Vorbereitung und das denn eventuell ja abspeichern und für seinen täglichen Gebrauch nutzen. Ich werde zwei Märkte nehmen. Ich nehme einmal The Good Old German Ducks und wir nehmen einmal dann Gold. Das ist, glaube ich, eine gute Kombination. So sieht jetzt normaler Chart aus. Wir nehmen jetzt mal eine Vorlage, nehmen die jetzt mal Zickzack-Linie. Das benötigen wir nicht. Wir gehen jetzt mal auf den Tageschart oder können das sogar rüber gehen auf den Wochenchart. Dann haben wir in dem Metatrader, so heißt die Software, können wir Linien einzeichnen. So, wir nehmen jetzt mal die Linien. Die können wir auch ein bisschen dicker noch machen. So und nehmen die mal im Knalligrot. So, eins. Und jetzt achte ich da drauf, meine Damen und Herren. Wo setzt der Markt an. Und das geschulte Auge sieht einmal hier. Dann gehe ich mit der STRG-S-Taste und hier oben auch nochmal. Da haben wir eins, zwei, drei. Ja, es muss mindestens dreimal auflegen. Dann habe ich schon mal eine Zone, die wir uns näher anschauen. Dann gehen wir runter und dann achten wir auf diesen Bereich. Da sehen wir auch eins, zwei und hier rechne ich, ob oben oder unten, wo sich Käufer und Verkäufer nicht einig werden. Dann haben wir hier die Zone. Und jetzt gehe ich nochmal eine Etage tiefer, zeichne das hier an und ganz schnell. Und das werdet ihr auch, wenn ihr da übt, dann werdet ihr schnell auf den Bereich kommen. Das sind jetzt also alles Zonen. Die zeichne ich jetzt mit diesen kleinen Linien ein. Und die werden wir jetzt wie in Zauberhand gleich in die kleineren Zeitebenen gehen. Ich mache das jetzt nur ganz grob, damit ich euch das zeige. Zack. Und hier unten auch nochmal einmal anzeichnen. So, jetzt gehen wir auf Daily. Und jetzt sind wir eine Zeitebene kleiner noch gegangen. Jetzt sind wir auf den Tageschat. Und jetzt fange ich an, wie ein Chirurg, das ein bisschen besser zu sehen und sagen, Mensch, eigentlich kann ich diese rote Linie ein bisschen weiter nach unten schieben. Da, weil da sitzt er auf. Hier links einmal da und einmal da. Das sieht besser aus. Und hier könnte ich auch nochmal ein bisschen feiner justieren. Hier, das sieht ganz gut aus. Hier können wir das ein bisschen nach oben schieben. Eins. Ja. Und könnten sogar hier noch einen dazwischen machen. Da. Das sieht gut aus. Und das auch. Etc. Jetzt gehen wir eine Etage weiter auf vier Stunden. Und jetzt seht ihr diese roten Striche, die ich gezeichnet habe und diese grünen. Das sind Zonen, wo Unterstützungszonen sind. Wenn der Markt da runter kommt, ist das der Bereich, wo der Markt abprallen kann. Der Bereich, der Bereich und diese roten Linien ebenfalls. So, wenn wir jetzt noch weiter zurück gehen auf Stundenbasis. Ich weiß, dass viele Trainer das machen. Dann sehen wir hier, wenn ich den Chart ein bisschen kleiner mache. Unsere Linien, die wir gezeichnet haben, ja, sind dort in der Zone, wo wir es grün haben. Das sind die Zonen, wo der Markt wieder zurück geht. Da geht er rein, geht wieder zurück. Und theoretisch können wir jetzt noch detaillierter das machen und bauen jetzt hier noch eine Linie ein. Und können sagen, also Carlos, das sieht doch hier auf Stundenbasis noch besser aus. Hier, yes. Dann gehen wir nochmal eine Etage tiefer und sagen, den können wir auch noch nehmen. So, wenn wir jetzt weiter runter gehen auf 30 Minuten, haben wir die Zone. Jetzt gehen wir weiter auf 15 Minuten. Und dann für die, ja, jungen, frischen, ja, die es ermögen, schnell zu treten. Dann seht ihr hier, das sind auf 5 Minuten sind wir jetzt. Unterstützungszonen, Widerstandszonen. Und wenn ich das jetzt kleiner mache, dann sehen wir im Chartverlauf ideale Punkte, die wir vorher eingezeichnet haben. Und das müsst ihr nicht jetzt jeden Tag machen, sondern ihr nehmt einfach rechte Maustaste, nehmt Vorlage, dann Vorlage speichern und dann geben wir W, kleines U, Unterstützung, W und U, speichern und dann haben wir das abgespeichert. Wenn wir jetzt auf 15 Minuten gehen, sehen wir sehr schön hier oben angekommen, da, da sind Zonen, und da sind Zonen. Und so kann man eben während des Tradens sich anschauen, okay, wo befindet sich der Markt? Oh, da sind wir mehrmals dran angegriffen oder haben wir diese Zone angegriffen. Und das hat jetzt noch nicht mal zwei Minuten gedauert. Und dann habt ihr im Chart den Bereich. Und das könnt ihr natürlich jetzt weiter bis nach unten durchführen, bis zum Tief und könnt das farblich kombinieren, etc. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen inspirieren, wenn ihr Fragen habt. Wie gesagt, könnt ihr uns gerne stellen und ich freue mich auf nächste Woche, wünsche euch eine gute, gute Woche und gute Trades.